Guten Tag, hier die treffendste Rede, die mir diese Woche aufgefallen ist. Bundestagsabgeordneter Stefan Keuter über die totale Unfähigkeit von Außenministerin Baerbock. Eine Schande für Deutschland. Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Gäste auf der Tribüne! Die Party ist vorbei. Dieser Rausch, diese Berauschung des linksgrünen Geldverschwendens unseres Steuergeldes ist vorbei. Die Kassen sind leer. Wir sind mitten in einer Rezession, ausgelöst durch eine völlig gescheiterte Energiewende, das Abschneiden vom russischen Gas, der Deindustrialisierung unserer Heimat und völlig irrsinnigen Dämm- und Heizungsvorschriften, die die Bauindustrie fast komplett zum Erliegen bringen werden. Die Konzerne wandern ins Ausland ab, das Steueraufkommen schrumpft. Da fallen eine Unfug-Klima- und Genderpolitik, feministische und wertegeleitete Außenpolitik gar nicht mal mehr ins Gewicht. Den Sparzwang spüren wir in diesem Haushalt. Sprachförderung deutscher Minderheiten in Osteuropa, Rüstungskontrolle, deutsche Kulturarbeit, finanzielle Unterstützung der Goethe-Institute. Hier wird der Rotstift angesetzt. Da, wo mehr Geld ausgegeben wird, ist die Versorgung der Ihren, Frau Baerbock, die Personalkosten steigen und ihre Verwaltungskosten. Dafür geben Sie Geld aus. Dieses Land hat Außenminister vom Schlager eines Willy Brandt und eines Hans-Dietrich Genscher hervorgebracht. Für diese zählte das Erreichte. Für sie reicht offensichtlich, Frau Baerbock, das Erzählte. Und das oft schlecht erzählt, wie beispielsweise Ihre Biografie. Korrigieren Sie mich, die inzwischen bei der neunten Version angelangt ist. Wissen Sie, Frau Ministerin, im Unterschied zu Ihnen komme ich zwar nicht vom Völkerrecht, aber ich habe tatsächlich in Großbritannien gelebt und bin der dortigen Sprache einigermaßen mächtig. Ich sage Ihnen, sparen Sie lieber bei der steuerfinanzierten Visagistin und investieren Sie lieber in Englischunterricht. Sonst haben wir bald more beef mit unseren Nachbarn, was wir alle nicht wollen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Und ich bin den Russen so was von dankbar, dass sie ihre Kriegserklärung We are in war with Russia nicht ernst genommen haben. Wir sind es nämlich nicht. Dies ist nicht unser Krieg. Und jetzt für alle einmal zum Mitschreiben. Schon im Bundestagswahlkampf 1957 attackierte Bundeskanzler Adenauer die SPD mit den Worten, die Politik, die die sozialdemokratische Regierung will, macht Deutschland zu einem russischen Satelliten. Und heute? Wir sind wehrlos und abhängig. Angela Merkel zu Gutenberg, Steinmeier, Gabriel Schwesig und viele andere aus ihren Reihen haben dieses Land in Abhängigkeiten getrieben und über 16 und mehr als 16 Jahre lang niedergewirtschaftet. Abgesehen von einem böhmischen Gefreiten hat noch nie jemand so viel Unglück über Deutschland gebracht wie diese ehemalige Bundeskanzlerin. Von 2016 bis 2020 gab es insgesamt rund 2000 Tötungsdelikte in Deutschland, bei denen mindestens ein Zuwanderer als Tatverdächtig ermittelt wurde. Von Verletzten und Vergewaltigten in riesigen Tausender Schritten ganz zu schweigen. So viele Menschen hat nicht einmal die SED an der Mauer erschießen lassen, deren Nachfolgepartei heute hier unter uns sitzt und sich als lupenreine Demokraten geriert. In wenigen Wochen werden wir den 33. Jahrestag der Deutschen Einheit feiern. 33 Jahre danach hat Deutschland sich in Europa des Umbruchs von einem Hort der Stabilität in den Krankenmann Europas ja sogar zum Sorgenkind entwickelt. Für eine relativ lange Zeitspanne hatte das wiedervereinte Deutschland, wie einst die alte Bundesrepublik, seinen Platz in Europa gefunden. Im Einklang und zur Zufriedenheit seiner Nachbarn und Partner von Lissabon bis Warschau. Für Paris und Warschau standen wir als Nachbarn ganz oben. Dies war in unserer langen Geschichte einmalig, meine Damen und Herren. Entscheidend hierfür war stets unsere Glaubwürdigkeit und unsere Verlässlichkeit. Was Deutschland in mehr als 60 Jahren an Vertrauen bei unseren Nachbarn erworben hatte, war unser wertvollstes außenpolitisches Gut. Was waren dafür die Grundlagen? Ich sage es Ihnen. Die deutsche Verankerung in Europa, die partnerschaftliche Einbindung Russlands und drittens der Erhalt der historischen Brücke über den Atlantik. Und heute in Europa sind wir isoliert. Für Paris sind Sie das Problem an der Ostgrenze und für Polen das Problem an seiner Westgrenze. Grenzen übrigens, die Ihre Kabinettskollegin, die jetzt schon wieder weg ist, nicht schützen möchte. Den Satz Konrad Adenauers, wonach die beste Außenpolitik die Wahrnehmung der eigenen Interessen ist, ist unser Ansporn. Deutsche Interessen, Frau Baerbock, haben Sie noch nie verteidigt. Ganz im Gegenteil. Und zum Schluss möchte ich noch darauf hinweisen, dass Sie unser parlamentarisches Fragerecht regelmäßig verletzen. Wir haben Sie im Ausschuss, im Plenum schriftlich befragt, wann Sie davon erfahren haben, dass Ihr Haus eine Anweisung erteilt hat, gefälschte afghanische Pässe zu visieren. Und wer berechtigt war, Personen aus Afghanistan zu benennen, die nach Deutschland zur Rundumversorgung eingeflogen werden. Dies haben Sie verwehrt. Wir haben daraufhin Verfassungsklage eingereicht. Wir bleiben am Ball. Und Frau Baerbock, zum Schluss sage ich Ihnen, mit diesem antidemokratischen Verhalten, während Sie aus der Polis des Perikless herausgeworfen worden, der Heimat der Demokratie, vielen Dank. Herr Kollege Keuter, wir sind ja ein freies Land und ein freies Parlament. Man kann hier in diesem Parlament alles sagen und jede Meinung äußern, auch wenn ich in die Gesichter schaue, viele ihrer scheinbaren Fakten hier niemand teilt. Aber was nicht geht, sind persönliche Beleidigungen. Und was auch nicht geht, ist, so en passant Personen aus der Politik dieses Landes gleichzusetzen mit solchen, die im Nationalsozialismus Macht hatten. Deswegen sage ich Ihnen ganz klar, das ist unparlamentarisch und das werden wir in diesem Haus nicht dulden. Herzlichen Dank. Das Wort hat Otto Fricke für die FDP-Fraktion.